so da bin ich auch wieder also von der geschichte her ist das jetzt alles in der vergangenheit schon interessant irgendwo beende alle behandlung bei alison und jetzt soll ich die auch noch behandeln geht es ihnen gut wir sind zumindest wieder sauber es ist noch zu früh für irgendwelche prognosen aber ehrlich gesagt sieht das nicht gut aus sie brauchen beide einen sauerstoff behandlung und dann müssen wir abwarten wie sie darauf reagieren aber jetzt müssen sie mich weiterarbeiten lassen das davor an und selber umdruck bitte verstehen sie doch die beiden sind alles was ich noch habe bestimmt der opa ich werde alles in meiner macht stehende tun so wir hatten ja wir holen uns einfach mal hier den stuhl so 100 haben wir noch mehr geht nicht und danach haben wir uns noch mal das bett den stuhl und dann können wir naja obwohl wir sollten hier vorne vielleicht dann auch auf rüsten mal gucken wie viel geld wir jetzt überhaupt bekommen wir nehmen hier gleich mal wieder ein pflaster mit und salbe salbe ist sehr gut gewesen weil so allison braucht sauerstoff hammer du willst natürlich den schönen stuhl so selber einmal holen einmal gucken mit die schnell hier mal gucken alle die judy sie braucht ihr doktor moment 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 machen wir erst mal ihn hier zack sauerstoff und pflaster haben wir auch bei können wir gleich abkassieren ja pflaster gleich wieder mitnehmen so du kannst da ein selber haben wir in der tasche das finde ich sehr gut zack 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 selber holen denn so elison wieder alle gut so du musst das halt mal ein paar sekündchen warten aber du hast das doch überlebt man so was will er er will dahin so zack wo sie braucht ein verband kriegt sofort eine schade die bezahlen nicht wahr verband habe ich natürlich nicht moment einmal selber aufklatschen hier zack zack so gehen dahin sie brauchst salbe moment wir müssen kurz abkassieren hier und uns gleich wieder eine winde mitnehmen so bin schon unterwegs hamster hammer creme elison hat schon wieder so elison hat noch wir haben elison nicht behandelt oder doch haben wir so sie auch schnell behandlung du sollst sein so ich gehe ein sauerstoff kommt sofort dann kannst du nicht dahin wir können wir hier schon hin gehen zack alles abkassieren nehmen wir gleich pflaster mit dann haben wir wieder eins in petto sie brauchen pflaster toll die brauchen beide creme na klar warum denn nicht zack toll selbst wenn ich hier ziehe dauert immer noch spielzeit musst du du musst dahin du musst dahin sie brauchst selbe wir brauchen erstmal selbe zack hier ein creme dann haben wir das nämlich fertig hier gucken wir mal alle jude alle jude und sauerstoff drin gepumpt alle jude abkassieren auch gott sagt lief doch wie geschmiert haben alles geschafft sogar den hamster haben wir wieder gefunden obwohl was macht der hamster oliver eigentlich in der vergangenheit fortfahren und ich weiß es einfach nicht die lungengewebe muss auf die behandlung ansprechen nur dann wo bin ich du du bist im krankenhaus sie waren in einem feuer entschuldigung einem einem feuer einem feuer wo ist ellie ellie geht das wohl nicht so gut wie der mutter was kein patienten gehen die weniger als vier herzen haben gut die bin ich fest ellie hat viel mehr rauch inhaliert als sie und da ihre lungen viel kleiner sind nächsten tage sind noch kritisch die medikamente sollen langsam anfangen zu wirken aber wenn nicht sie müssen leider auch auf die möglichkeit vorbereitet sein können sie denn gar nichts tun seien sie einfach hier wenn sie aufwacht mehr können sie im moment nicht tun jetzt liegt es an ihr zu kämpfen und sie kämpft sie gibt nicht auf so 400 haben wir wollten neues bett kaufen machen war und dann können wir uns hier auch gleich einen neuen stuhl kaufen dann haben wir das schon mal anledigt und weiter geht's komm gleich her bade wurde? ok warte ich hab noch kein pflaster im moment es geht hier baden oder was? wo sind wir denn? wobei nicht mit der creme man bann da muss ich nicht bei sein pflaster haben wir bei zufällig das ist sehr schön öhm zack hier einmal sauerstoff reingepustet zack können wir da mal kurz hingehen du kannst in der zeit baden gehen läuft sehr gut bisher ein meerschweinchen sehr schön er will auch ins bett sollen sie tun so er braucht salbe können wir ihn gleich abreichen zack und zack dann kann er nämlich sich da einsetzen ein pflaster haben wir auch noch bei batsch aufgeklatscht so du kannst schon mal baden gehen das kostet dann keine zeit zack herzen einsammeln creme einsammeln so patienten wir brauchen patienten so kommt mal her hier wird gucken wir erstmal dich an alles super nach dem baden ist das schon richtig gut dann kommen wir hier rüber so einmal creme wieder mitnehmen zack du kannst in der zeit baden gehen so abkassieren genau so muss es sein ein stern geholt so creme haben wir alles da pflaster kommt sofort einmal sauerstoff zack dann geht ins bettchen wir holen uns unterdessen mal hier schnell ditte madame kann mal baden gehen in der zeit sehr schön dann können wir abkassieren das ist diesmal ruhiger job hier genau so muss es sein so doktor kommt creme haben wir bei alle tut zack creme gleich wieder einsammeln dann können wir hier gleich mal atmen luft verabreichen zack siehst du das läuft hier in der zeit kannst du mal baden solange wir abkassieren was hast du denn alle jut hier bei dir gucken wir mal ja das sieht alle jut aus so hier gucken wir auch mal nachdem du sauer bist ist auch alles richtig fein so zack zack creme wieder mitnehmen du kannst dich da mal hinsetzen in der zeit kassier ich mal ab dann nehmen wir mal hier gleich ein pflaster mit so zack schicht ist beendet dann kriegst du gleich deinen sauerstoff noch guck mal hier nochmal rein alle jut pflaster naja so muss es sein genau so guck mal hier nochmal rein na und drei sterne sehr schön zier haben wir auch erreicht wunderbar so gefällt mir das neues minispiel was transplantate auflegen achso auf wunden ne hier so hautstücken platziere die hauttransplantate auf die jeweils passenden Verbrennungen um so die heilung voranzutreiben ok donald können sie einen moment mit elli alleine sein ähm sicher aber sie nennt ihn donald wer ist er eigentlich sicher ich ähm ich hole mir etwas zu trinken Liebling was ist passiert ich ich kann mich an nichts erinnern habe 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 ich etwas getan ich wusste nicht dass du wolltest darum habe ich dir von allen etwas mitgebracht Matilda Matilda ah die ist schon wieder abgetreten sie reagiert überhaupt nicht Pepsi Cola und Lipton Eistee kann das sein ist ist das schon er ist das schon er einmal passiert ja das ist das seit dem Tod ihres Ehemanns meines Sohns doch der Opa sein Sohn ist gestorben ihr Mann ihr Vater hat sie ab und zu diese Episoden sie haben gesagt dass es sich hier bei oben eine psychosomatische Zeitverlust handelt die 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 tischerte hatten gehofft dass diese Episoden vorüber gehen vorüber gehen wurden aber sie hat ja keine Ahnung wie sehr Matilda meinen Sohn geliebt hat ach die arme das ist sicher schwer emily sagt ein flan am tag ersetzt den arzt okay auch nicht wir setzen jetzt ist draußen auch schon ja die käsekuchen kriegst du zwei mal ein tost kommt sofort 2 hier bitte kommen sie ran ja einmal tippte und einmal tippte kannst du haben so denn das das und das wahrscheinlich und normalen deckel drauf dann kriegst du so ihr könnt euch schon mal hinsetzen ein käppchen kommt sofort ach den eis hätte ich das alles hätte ich gleich mitnehmen können egal nehmen wir die mit zack zack einmal abkassieren was möchtest du haben du musst das ist ein kopf haben wollen wir einen kopf und da t hallo alison ja nämlich ein stuhl mann hätte ich vorher sagen können dass sie jetzt so ein käse kappen hier willst man mein mann kommen ran hier bitte und bitte haben wird so soll es sein zack ein stühlchen und abkassieren läuft doch super hier und freigeschaltet robben ein stuhl möchtest du haben ups den haben wir nicht abkassiert so also so man macht den deckel darauf die hat das sache wieder einmal einsetzen du auch ein tisch in möchtest du kommt sofort kaffee kann man auch gleich noch mal ja zack gut t ist da kaffee kommt kassieren wir ab du kannst dich da schon einsetzen du kannst dich da schon einsetzen ein käseküchlein kommt sofort da bitteschön ein donut ist unterwegs genauso wie ein pfandkuchen na ihr seid alle glücklicher so was will die jetzt die will nur die da haben die da haben und die da ist da ja der falsche zack ein tisch beziehungsweise ein stühlchen so wir können hier mal abkassieren ach dann holen wir uns hier zwei davon ein davon ein zack dann kann die bekommen so zack was fehlt dann jetzt ein kaffee momento momento kommt alles einmal total ja schiebs kommt sofort denn eine ditte und eine ditte so ein kaffee die kommt sofort so schicht beendet sehr schön aber wir kassieren mal hier kurz ab nicht dass die uns hier wieder durch die lappen gehen weil die schicht beendet ist ein küchlein will die haben so ihr kommt mal ein pfannekuchen kommt sofort dann kommt hier noch der eistee zack und wir können abkassieren so um mich wird's bald wir sind im altersheim hier an ihr bezahlen genauso schade wir kriegen die drei diamanten dazu aber gut hier mit der kantine gefällt mir sowieso nicht aber wir haben hier eine person freigeschaltet und zwar robin du hast 200 schnelle boni erhalten okay das läuft so was können wir uns kaufen wir haben zehn die sind immer so laut hier ein stuhl was ist das schreibtisch ich denke mal wir sparen auf dem bett sollte er erreichbar sein noch schuldigung so da haben wir alle kisten und neue cremes zusammen was haben wir alle kisten der neuen creme zusammen